Liebe Spieler, eine bewegte Woche liegt hinter uns, ja, rauchende Köpfe, ok, ja, ok. Unsere Kennzahlen sind an der Stelle eurem Feedback unterlegen, die nun wirklich finale Serverzusammenstellung, ok. Corvinia bleibt bestehen, die Server Tavos, Daimos, Phobos, Saphira und Hybris werden zusammengelegt, ok, krass. 6 Channel, die Server Ganta, Pryos und Sycroax. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Angediegungsvideo, beziehungsweise auch so ein bisschen Gameplay halt. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es zusammen geschafft. Pryos wird auch fusioniert. Alter Falter. Als ich das gehört habe, wirklich mega, mega nice. Wir haben nochmal so mit ein paar Leuten gesprochen und so weiter. Und die waren halt doch sehr davon beeindruckt, dass auch so viele unter unserem Video geschrieben haben, aber dadurch halt auch im Forum auch ein bisschen aktiver waren und so weiter. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass jetzt Pryos auch fusioniert wird. Das heißt, wir haben zwei große Server und Corvinia. Corvinia ist ja auch mehr oder weniger ein großer Server. Ähm, Leute, ich glaube, das wird richtig fett. Ich freue mich megamäßig. Besonders der andere Server kriegt jetzt nochmal mehr andere Server zusammen. Und alter Falter, Leute, das werden, glaube ich, zwei richtig coole Server. Und, ja, doch. Ich freue mich. Was haltet ihr davon? Alter Falter, ich bin gerade richtig hyped. Also, richtig hyped. Und muss definitiv sagen, vielen Dank Richtung Gameforge. Vielen Dank Richtung euch, weil ihr habt das halt im Endeffekt durch euer Feedback halt möglich gemacht. Ähm, ja, aber vor allen Dingen Danke an die Gameforge, weil hinter den Kulissen, wir haben wirklich sehr viel geredet mit verschiedensten Mitarbeitern. Ähm, Maeve und ich. Und haben halt immer argumentiert, ja, aber so könnt ihr das ja auch sehen und dann so, ja, aber die Statistiken und so weiter. Und letztendlich, doch, Pryos wird fusioniert. Mega, mega nice. Wirklich mega nice. Und, ähm, ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen von der Gameforge, äh, dass sie auf die Community gehört haben. Denn ich denke, das wird's einige Leute freuen. Besonders auch die Server, die mit Pryos fusioniert werden, weil die können sich halt darauf freuen, auf einen wirklich vollen Server zu kommen. Und, ja, Leute. Pryos wird fusioniert und das Ganze durch Community Action. Und so sollte es sein, Leute. Wir sind eine Gemeinschaft und wenn wir was wollen, dann müssen wir vernünftig diskutieren. Beleidigen bringt gar nichts. Und von daher haben wir alles richtig gemacht. Und zumindest die meisten von euch. Ich habe da teilweise auch Sachen im Forum gelesen, wo ich mir gedacht habe, also, wenn das dein Argument ist, dann will ich nicht wissen, was deine Deutschnote ist. Ich bin richtig hyped und freue mich megamäßig. Wir haben es zusammen geschafft. Bave und ich haben so ein bisschen Zähne ausgefahren, nee, Fingernägel ausgefahren. Nee, Krallen ausgefahren. Alter Falter. Ich kann gar nicht mehr denken. Ich bin so komplett hinüber, ey. Alter Falter, hat mich das gefreut. Mega nice. Ich freue mich mega. Den Link zu dem Forum-Beitrag von Bad Idol findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Allgemein, Bad Idol hat super viel mit euch diskutiert. Hat in Streams reingeschaut, wo nochmal diskutiert worden ist wegen der Server-Fusion etc. Hat wirklich viel mit uns kommuniziert, mit Maeve und mir. Und vielen, vielen Dank wirklich an alle Gameforge-Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, ich bin hyped. Ich freue mich auf die Server-Fusion. Werden, denke ich, noch so ein paar Sachen kommen. Wie werden auch die Accounts dann zusammengelegt und so weiter? So ein kleines Tutorial, denke ich. Und noch weitere Informationen, wie lange das da dauert und so. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir auch ein bisschen was ausgedacht. Freut euch drauf. Eure Meinung bitte in die Kommentare, würde mich wirklich freuen. Leute, wir haben es geschafft zusammen. Nice. Die begra die Möglichkeiten. Deine cricket. Die begra clausen. Keineケ Maurice. Dage nach demisium Ja. Inisium. Nurkamente.